Hi Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute sind wir mit was ganz Neuem da und zwar einer richtig coolen sommerlichen Choreo, weil es heute so schön warm ist und die ganze Woche so warm war. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. So, wir stehen offen da und in der Musik singt er übers Cabriofahren. Deswegen fahren wir jetzt auch Cabrio, aber nicht mit dem Auto, sondern mit dem Tanzen. Also, die Hände lassen wir erstmal weg. Wir gehen Schritt links, Kreuz, Schritt rechts, Kreuz. Und wenn wir das machen, nehmen wir unsere Hand mit und fahren mit einem Lenkrad. Heißt, wir gehen, fahren, Kreuz, fahren, Kreuz. Machen wir das mal zusammen. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Die Hand, wie ihr gerade schon gesehen habt, geht einmal nach links und wenn wir nach rechts, gehen wir die Hand wieder nach rechts. Danach, nachdem wir hier angekommen sind, nehmen wir unseren linken Fuß nach vorne. Unsere Hände nehmen wir auch nach vorne und die ziehen uns sozusagen weiter nach vorne. Und unser rechter Fuß geht in unsere linke Knieelle. Okay? Das sieht dann genau so aus. Machen wir das mal zusammen von vorne. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 und 6 und. Und genau, da tun wir alles locker lassen. Und dann bouncen wir zweimal mit unseren Händen um. Das könnte er. So. Danach, nachdem wir gebounced haben, sinkt er über die ganze Sonne und wie warm es ist. Und deswegen gehen wir mit unserem rechten Fuß auf und gehen mit unserer rechten Hand so richtig cool über unsere Stirn und wir bouncen zweimal nach rechts und dann zweimal nach links. Das sieht dann so aus. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Danach springen wir auf den Boden. So. Und springen wieder auf. Danach singt er na 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 na. Und dann nehmen wir unseren Kopf so mit und wirbeln so rum. Machen wir das mal alles von vorne. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 und 6 und 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Nachdem wir das gemacht haben, drehen wir uns einmal im Kreis nach rechts. Wir gehen Schritt rechts, links, rechts und klatsch. Und wie auf die andere Seite. Links, rechts, links und klatsch. So. Wir machen nochmal ab der Drehung. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nachdem wir hier angekommen sind, machen wir unseren rechten Fuß nach vorne und drehen unseren Oberkörper nach links. Ja. Danach gehen wir zurück und machen dasselbe nochmal auf die andere Seite. So. Aber während wir das machen, nachdem wir geklatscht haben, sind unsere Hände ja vor unserem Oberkörper. Heißt, wir gehen auf. So. Dann gehen wir zurück und unsere Arme überkreuzen. Und dann auf die andere Seite gehen die Arme wieder auf. Und dann springen wir wieder zurück. Und nachdem wir das gemacht haben, sinkt er über den Sonnenuntergang und wir schmelzen dahin in Slow Motion. Wir springen auf und gehen ganz langsam mit richtig coolen Bewegungen runter. Und dann ist die Chorie auch schon vorbei. Wir machen nochmal alles von vorne zusammen. Und dann seht ihr es auch schon auf Musik. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und 1, 2, 3, 4. Und ausspringen. Runterschmelz 7, 8. Und Party. Das war so schön, Leute. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei der Kunde. Choreo gehabt und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.